Ladies and Gentlemen, Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft Tech World 2. Sind ein paar Folgen vergangen, bin ich ehrlich, aber kam auch eine längere Zeit wieder nichts. So, und warum wollte ich dann die Scheute mal erklären? Also, gibt es ein paar Gründe. Erstens Schule. Ich weiß, altbekanntes Thema, muss ich glaube ich nicht mehr viel zu sagen. Bin halt immer noch im Abitur. Hab auch da noch halt sehr viel zu tun. Ich glaube, dafür hat dann auch jeder Verständnis. So, bin momentan wieder in einer kleinen Klausurphase. Hab ich ja schon mal davon erzählt. Oh Mann. Auf jeden Fall Klausurphase, viel zu tun. Immer viel schön lernen. Ich will irgendwann ja auch mal im Abitur fertig sein. So, dann hatte ich ja von diesem Auslandspraktikum, diesem Praktikum in Teneriffa erzählt. So, gibt es ja das Problem. Hat diese Sperre von mindestens 1,9 war das, meine ich. Bin mir da gerade gar nicht mehr so sicher. So, jetzt ist es so, diese Sperre wurde aufgehoben. Das heißt, man kann auch jetzt mitmachen, wenn du 6,0 stehen würdest. Mal richtig krass aufs Produkt. Auch wenn das quasi schon unmöglich ist. Dann müsste es ja auch schon in Sport nicht auftauchen. Aber naja. Lass ich jetzt mal unkommentiert. Und deswegen wollte ich mich da nochmal dran versuchen. Und es könnte deshalb sein, dass ihr dann ab nächstes Jahr im Mitte Mai an bis Mitte Juli müsste das sein. Keine Folgen bekommt. Vielleicht würde ich es ab und zu mal schaffen. Aber ich würde das eindeutig jetzt nicht zu 100% versichern, dass da nichts kommt. Kann immer noch sein, dass ich abgelehnt werde. Aber ich würde mich da auf jeden Fall dran versuchen. Wurde auch dann bestimmt noch ein paar Videos zu machen, wie es auf Teneriffa so ist. Vielleicht auch mal von meinem Alltag. Muss ich mal kurz dann überhaupt, wenn ich dann da wäre, überhaupt mal absprechen, ob das geht. Aber naja. So. Das wird jetzt auf jeden Fall eigentlich nur so eine kleine Infofolge genommen. Ganz kurz für die, die jetzt hier was Tolles erwarten. Ja, das sieht doch schon mal schön aus. Ja. Dann bin ich momentan teilweise noch am Schauen wegen einem anderen Projekt, weil ich ja auch liebend gern mal was anderes außer Minecraft machen möchte. Hatte ich ja schon mal erzählt. Ich glaube, hier könnte man vielleicht noch eine dritte Stille anschließen. Aber die da oben anschließen würde ich gehen. Das müsste eigentlich gehen. Die brauchen nur die Biom. Dann quacken wir nochmal den Stille. Weil, dann haben wir vielleicht sogar noch mal ein bisschen mehr Biomasse auf Forward. Auf Forward? Ja. Das machen wir einfach nur auf Glas und wenn es dann noch 30k sind. Jawohl. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ach, das war ein Schaf. Ähm, ich werde jetzt auf jeden Fall hier nicht heute allzu viel weiter bauen. Ähm, ich werde auf jeden Fall jetzt erstmal so eine kleinere Aufnahme machen. Ich werde jetzt halt einfach nochmal die Stille kraften, damit ihr dann noch überhaupt mal was seht. Und dann werde ich schauen, dass ich gleich mal eine Timelapse-Folge starte. Wer ja nicht weiß, was das ist. Einfach, ich nehme auf über einen größeren Zeitraum. Ich werde jetzt mal so schauen, dass ich so anderthalb Stunden in Angriff nehme. Ähm, unkommentiert. Ich lasse Musik laufen und werde einfach so Arbeiten machen, die relativ uninteressant sind. Ich drücke es mal so aus. Halt einfach so Kobbels uns fertig verkraften. Allgemein mal was aufräumen. Ja, also rundlegen werde ich das mal machen. Dann vielleicht auch nochmal weiß ich gar nicht, ob die Kobbel schon fertig ist. Aber wenn sie während dessen fertig sein sollte, werde ich es umsetzen. Ah, die bekommt ja gar keinen Strom. Mäh. Doppelmä. Ja, die ist fertig. Dann setze ich hier die Kabel runter. Und schließe dann auch nochmal hier ein Fluid-Dukt an. Wo ich das dann rauspumpen lassen würde. Ja, also wie gesagt, heute kleinere Folge. Mal weniger was zu schauen. Tut mich auch irgendwie was. Aber, naja, irgendwie muss ich ja dann auch nochmal was machen. Und das ist wie gesagt so eine kleine Erklärungsfolge eigentlich nur. Machen wir jetzt einfach noch hier die Stealth fertig. So. Ja, auf jeden Fall. Schule ist halt wieder momentan ein richtig krasses Problem bei mir. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt eigentlich alle wissen. Für diejenigen, die es interessiert, ich mache immer noch mein Abitur. Ein Abitur im informationstechnischen Bereich. Was ungefähr so aussieht. Ich mache quasi die Ausbildung, das normale Abitur. So. Ganz kurz. Duf, duf. Duf und duf. So, alles ist schon wieder verbaut. Sehr schön. Ich glaube, das werden wir irgendwann mal in einer kleinen Fabrik umbauen. Das werden wir nochmal groß aufbauen. Gut. Auf jeden Fall. Was gibt es noch mal jetzt? Ich weiß gar nicht, ob es jemanden interessiert. Aber wird sich jetzt mal deswegen schon keiner interessieren, weil ihr nicht wisst, wie ich aussehe. Aber mal so grundlegend. Ich weiß gar nicht, ob ich es mal erwähnt habe, aber ich trage eine Brille. Und die geht mir in letzter Zeit, ich drücke es mal so, ja, ich drücke es mal arschkalt auf den Punkt gebracht aus. Die geht mir auf den Sack. So. Und deswegen bin ich es am überlegen. Und ich bin dann zum Schluss gekommen, war halt hier beim Optiker, und hab gesagt, jo, ich will die Brille weg haben, ich will Kontaktlinsen. Also sagt, jo, alles ist kein Problem, testen wir, ob das geht. Ja, und jetzt sind wir zum Schluss gekommen, es geht. Das heißt, euer Dachshutte ab. So, wahrscheinlich nächste Woche Kontaktlinsen. Und, ja, ich freue mich schon ganz ehrlich darauf. So. Also, ich weiß gar nicht, wie es ist. Ich werde auf jeden Fall echt noch warten. Also, ja, wie soll ich sagen? Ja. So, was ich dazu sagen kann, ist irgendwie nicht so wirklich. Wow, 20 Royal Jelly, ach, du Scheiße. Ja, Bienen könnten wir auch irgendwann mal was machen. Wir müssen ja generell nicht nach der Gegend was ausbauen. 33 Royal Jelly, ach, du Scheiße. Na gut. Ich würde aber auf jeden Fall jetzt erst mal sagen, auch wenn es ein kurzer Fall hier war, das war es jetzt erst mal. Ich schaue dann jetzt mal, dass ich die Timelapse-Klang jetzt gleich mal ans Laufen starten, äh, kriege. Ich weiß, dass hier gerade mal irgendwie alles, was ich mal gerade nicht brauche, irgendwo hin. Ich würde sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, auch wenn sie kurz war, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkungen, Kritik, alles in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Let's play Minecraft Tick Vault 2 mit mir, eurem Dorch, LP. Auf jeden Fall, bis dann. Tschüss. Tick Vault 2 Tick Vault 2